Yo, es hat uns heute was gedacht, mein Name ist Benji. Das hier, was wir hier jetzt abgeben werden in dieser SBC, ist das maximal 89 plus FIFA World Cup Hero Upgrade. Tone und ich werden das jetzt beide öffnen und wir ziehen beide einen Hero draus und wir bin ich für ihn. Hallo Tone! Hallo Freunde, ich bin auch am Start und ich bin gespannt. Wir haben schon viele Tage auf die SBC gewartet, kam ein bisschen verspätet und wir können einen maximal 89er ziehen. Ja, ja, Torey, ich weiß nicht, was kostet der? Ich glaube, der kostet zwei Millionen oder sowas. Zwei Millionen Skis, ja. Ja, da haben wir noch einen Marquisio und da gibt es ein paar Australien, Kamel und so, es wird schwer. Und wir dürfen nicht Footbin benutzen, Leute. Kann viel Scheiße dabei sein. Wir dürfen nicht Footbin benutzen, Freunde. Also das wird echt interessant. Und der Verlierer muss seine Karte diskaden, ne? So ist es, Bro. So ist es und das wird wehtun. Das kann richtig wehtun. Ja. Und wir haben das schon nochmal gemacht. Der Verlierer muss sie weghauen. In der Vergangenheit und ich kann mich erinnern, ich habe schon mal ein paar gute abgeschlossen. Das kam aber immer grandios an bei euch, Freunde, wirklich. Also smash wieder einen Daumen, geht bei Tabak auf den Kanal, schaut da vorbei, Freunde. Und da kommt auch aktiver Content. Und dann würde ich sagen, bist du ready for takeoff? I'm ready for takeoff, man. Dann gehen wir jetzt rein, Freunde. Denn wir haben nicht nur ein Pack heute vorbereitet, sondern wir starten rein mit dem 83 plus Player Pick. Yes. Was wir jetzt öffnen. Wir nehmen beide den besten Spieler, den wir jetzt ziehen. Und da jetzt das erste, wer bin ich? Danach geht es direkt zum World Cup. Bist du ready? I'm ready, man. Okay. Drei. Zwei. Eins. Player Pick in. Da kann gutes Zeug dabei sein. Oh, bei mir ist es sehr gut. Sehr, sehr gut. Jetzt nehme ich den besten Spieler. Nicht schlecht. Ja, genau, den besten. Okay, geil. Und dann würde ich sagen, der Gast darf anfangen, du darfst loslegen. Ich habe sogar eine Spezialkarte. Fuchs-Budding, Fuchs-Budding. Okay, Bro. Erste Frage an dich. Footpin dürfen wir benutzen, Freunde, noch bei dir jetzt. Wir dürfen noch Footpin benutzen. Okay, warte. Erster Nachricht. Okay, komm. Also, ist dein Spieler eine Goldkarte? Ein Spieler ist eine Goldkarte, ja. Okay. Ist dein Spieler ein Stürmer? Also, Angreifer. Angreifer, Mann. Sorry. Nein. Okay. Okay. Ist dein Spieler eine Specialkarte? Nein. Ha, du dreckig bist du dreckig. Ich bin ein Stürmer. Ah, der ist nicht die Beste, du. Pass auf. Ist dein Spieler ein Mittelfeldspieler? Nein. Ja, perfekt. Okay, ist dein Spieler ein Mittelfeldspieler? Nein, ist er nicht. Ist dein Spieler ein Verteidiger? Ja. Ist dein Spieler ein Innenverteidiger? Nein. Okay, cool. Ist dein Spieler ein Angreifer? Ja. Okay. Spielt dein Spieler in einer europäischen Liga? Äh, ja. Spielt dein Spieler in den Top 3 Ligen? Also, ich würde jetzt einfach mal sagen, Premier League, Bundesliga und Serie A. Wenn du so sagst, nein. Was würdest du denn als Top 3 sehen? Äh, sag ich dir jetzt nicht mal so. Äh, 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 äh. Sonst verrate ich mich. Aha. Okay. Kann ich später sagen, in ein paar Minuten. Äh, La Liga gibt's ja noch. Ich Idiot. Ja, genau, La Liga. Okay, äh. Hat dein Spieler ein Rating von mindestens 85? Nein. Okay, das ist gut. Ja, für mich schlecht. Okay. Ist dein Spieler aus der La Liga? Ja. Okay, er ist La Liga-Spieler. Er ist Angreifer. Das ist schon mal nicht schlecht zu wissen. Dann fragen wir doch mal nach dem Rating, würde ich sagen. Mhm. Ähm, und es geht mal um. Hat dein Spieler ein Rating von mindestens 85? Nein. Du bist schon von Insel in der Don. Ist dein Spieler aus der... Puh, warte mal. Wie machen wir das? Ist dein Spieler Linksverteidiger? Nein. Ach, Digga, Rechtsverteidiger. Sputzig, Mann. Okay, okay, okay. Also, du hast einen Angreifer. Der ist Gold. Mhm. Der ist unter 85. Die Frage ist, ist dein Spieler ein Stürmer? Nein. Das ist schon mal gut. Okay. Ich weiß ein bisschen mehr als du, glaube ich. Aber spielt dein Spieler in der... Boah, Premier League? Nein. Ach, Digga, das ist... Warte, ganz kurz nur... Oh, no. Zum Abgleich. Es ist entweder Cavajal, Hakimi, Llorente, Codrado, Navas oder Araujo. Okay. Kleine Auswahl, die du hast. Mhm. Juti. Dann frage ich dir mal, ob dein Spieler auf dem rechten Flügel spielt. Ja. Leider ja. Scheiße. Ui, Memo. Fuck. Okay, okay, okay. Dann ist schon mal die interessante Frage. Mhm. Ich habe das Gefühl, hier geht es nur zur Auswahl. Rafinha, Dembélé, Asensio. Mhm. Die drei. Mhm. Kann sein, ja. Das ist die Frage. Spielt dein Spieler bei Barcelona? Nein. Scheiße, jetzt weißt du es ja. Okay. Spielt... Inchala, oder? Ich habe was vergessen. Inchala. Spielt dein Spieler in der spanischen Liga? Nein, Toine. Digga, ich bin so... Eigentlich hätte ich das nicht fragen dürfen, weil du wusstest von der spanischen Liga. Körner, spielt dein Spieler bei Real Madrid? Ja. Hat er heute ein Tor für Spanien geschossen? Ja. Richtig. Ein schönes Tor. Wir nehmen jetzt gerade einen Abend Feuer auf, Freunde. Also hast du Marco Asensio. Oh ja. Das ist dein bester Pick? Was? Ja, ich hatte Radetzky und Baumann, Digga. Absolut. Ach du Scheiße. Absolut. Ich muss den schon mal ins Garden, gell? Äh, ja, genau. Okay. Weg mit dem schon mal. Wunderbar. Aber jetzt kommen wir zum wichtigen Punkt, gell? Jetzt geht's ab. Ich würde sagen, wir gucken beide nochmal kurz auf Put-Bin und uns die Karten an. Noch einmal. Wir schauen nochmal, welche es alle gibt. Maximal 89er Rating. Okay. Versuchen uns das einzubinden in den Kopf. Das ist echt schwer. Und dann würde ich sagen, bist du ready? Ich lese mir kurz alle nochmal durch. Oh Gott. Das wird echt, ohne Spaß, die aus dem Steh gleich zu wissen gleich. Schwieriger. So Marquez. Gar nicht so einfach. Nee, Mann. Weil im Kopf wird es sein, dass wir beide, dass wir einen vergessen werden. Wir werden einen vergessen. Und das wird richtig mies. Vor allem, es gibt Mexiko zum Beispiel Marquez und diesen, äh, Kompas. Kampas. Deswegen, oh, Jumburg. Oh, dear. Oh, dear. Ich kann mir die niemals merken. Ich kann mir die echt nicht merken. Aber gut, wenn wir Nationen haben, haben wir schon mal ein bisschen. Ja. Genau. Okay. Ich mach's jetzt zu. Ich hab's auch zu. Ich hab's zu. Auf Vertrauensbasis. Auf Vertrauensbasis. Okay. Bist du ready, es aufzumachen? Ich bin ready, Mann. Okay. Drei. Zwei. Eins. Go. Okay. Komm schon. Werd einfach Ivory Ghost, mein Bruder. Das ist richtig stark. Ach du Scheiße. Das ist richtig stark. Du, man darfst nichts anmerken lassen. Ich bin gespannt. Okay, Tone. Digga, ich hab' jetzt schon alles vergessen. Ich würde. Ich auch. Ich würde sagen, ob das jetzt fair behalten wir machen, Xing, Chang, 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 Chang. Okay, komm. Xing, Chang, Chang. Schere. Stein. Yes. Fang an. Okay. Ist dein Spieler Europäer? Nein. Ist dein Spieler Europäer? Ja. Okay, das ist schon mal gut, Digga. Oh mein Gott, okay. Ist dein Spieler einer aus der Premier League? Nein. Okay. Das wird auch schon wieder schwer. Ist dein Spieler, ähm, warte mal. Vom asiatischen Content. Gibt's Saudi-Arabien. Was gibt's noch? Ähm, gibt's ein Chines? Digga, ich hab jetzt alles schon vergessen. Oder ein Japaner. Gibt's ein Japaner? Ich auch. Er ist zu schwer, gell. Ähm, er ist kein Europäer. Okay. Boah, fuck. Es gibt ja auch Australien. Ähm, ähm, ist dein Spieler Asiate? Nein. Fuck. Ist dein Spieler, ist dein Spieler bei der WM dabei mit der Nation? Nein. Was? Okay. Jetzt konzentrieren. Okay, ich weiß es, glaube ich. Okay. Tone. Oh mein Gott. Ist dein Spieler Angreifer? Nein. Ist dein Spieler Lundberg? Nee, er ist, nee, nee, er ist nicht Premier League. Fuck. Was hab ich gefragt? Ist dein Spieler, er ist nicht bei der WM dabei? Hä? Okay, Tone. Ist dein Spieler bei der WM dabei? Ja. Okay, okay. Er ist nicht aus Europa. Er ist bei der WM dabei. Er ist kein Asiate. Für mich kommt hier nur zur Auswahl Amerika oder Australien, wenn ich das Gefühl habe. Es kann aber, ich kann auch komplett falsch liegen. Aber ich tippe, ich frage jetzt mal. Aber nee, er ist kein Stürmer. Und ich glaube, der Australier ist ein Stürmer auch auf seiner World Cup Hero Karte. Das heißt, er ist ein Mittelfeldspieler. Ja. Ist er Amerikaner? Meinst du USA, oder? Also, oder was meinst du? Nee, ich meine Amerika, Kontinent. Ja. Okay, wir haben jetzt, finde ich, USA und wir haben Mexiko. Ich glaube, es gibt keinen mexikanischen Mittelfeldspieler, Hero. Es heißt, dein Spieler ist US-Amerikaner. Ganz kurz. Ist er nicht? Nein. Aber Amerika gibt es ja nicht nur USA und Mexiko, gell? Ja, ja, ja. Achso, okay, okay, okay. Ich habe nur nicht alles im Kopf, Digga. Ich habe die Hälfte. Ich weiß gar nicht, welche Nationen davon noch ihre Hero-Karten gibt. Wirklich. Bro, ich schwöre. Fuck. Aber nicht, dass ich was gechockt habe. Nicht, dass ich vom Kontinent falsch bin. Warum höre ich deine Maus und deine Tastatur-Tone? Weil ich gerade eingebe, was für ein Kontinent das ist. Warum hast du meine Maus? Du kannst mir vertrauen. Der hat doch nachgeguckt, der Mixer. Der hat doch nachgeguckt. Ist dein Spiel, nein, Spaß. Ich brauche wirklich kurz, ohne Spaß, pass auf. Ich erkläre kurz meine Gedanken. Vielleicht muss man auch gleich was rausschneiden, weil ich einfach gleich überlegen werde. Aber es ist nicht Lundberg, okay. Das ist einer, der nicht bei der Wärme ist mit Schweden. Welche Nation zum Teufel hat noch eine Karte bekommen, die Europäer ist? Ist dein Spiel ein Angreifer? Nein. Hä? Ich habe keine Ahnung, wer es noch gibt bei dir, Mann. Ich habe gar keine Ahnung, wen es noch gibt. Die Leute werden zu Hause sitzen und denken sich, mei, seid ihr lust, gell? Ja, wirklich. Warte, ich muss laut. Ich muss einfach laut sein. Amerika. Also USA. Mexiko. Wer hat da drüben noch eine Hero-Karte? Oh, ist dein Spieler Argentinier? Ja. Hä? Dann muss es doch Mascherano sein, oder? Ja, scheiße. Ja. Oder du glaubst gar nicht, wie sehr ich mich freue. Nein. Was hast du? Marquisio. Oh. 1,5 Millionen, Digga. Nein. Halt's Maul. Du hast einfach Italien mit mich gecheckt. Bro, weil ich... Ich bin so leid in deine Seele. Weil ich mit Italien so... Oh. Digga, ich hätte mich übrigens so blamiert. Ich wäre nie auf Italien gekommen. Nein. Ich bin sogar froh. Ich dachte, ich werde dich nie rausfinden. Oh, ich dachte, dieser scheiß Marquisio ist direkt weg. Oh mein Gott. Ich liebe dich. Ach, du heilige Mutter, Mariah Carey. Wow. Das ist big. Das ist big, Digga. Sag ich ehrlich. Okay, Freunde. SBC ist ready. Marquisio ist drin. Ähm, was glaube ich? Mascherano ist drin. Wir holen uns dafür David Silva. Flashback. Gute Spieler. Benji, danke, dass du mich rasiert hast. Geh? Gruß. Hey, wirklich. Ich hätte mir das nicht angeregt. Ich war doch so fragig. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Danke, dass du dabei warst, Tone. Und, äh, ja. Schaut bei Tabak vorbei. Da kommen auch, äh, Tage wieder Videos. Oder mit uns zusammen. Wir nehmen auch noch was. Macht's gut. Bis dann. Tschüssi. Ciao, Freunde. Bis zum nächsten Mal.